Hier ein kleiner Bericht vom Soundcheck im Max-Frisch-Bad. Das bin ich, ich trage ein Kopfhörer. Und aus diesem Kopfhörer trinkt Musik. Und diese Musik kommt von hier, aus unserem Studio. Und wir tragen diese Kopfhörer und spazieren hier, auf dem Gelände rum. Und hier drin sind die Musiker. Glasklarer Sound, gemischt von Fritz aus dem Neumarkt. Hier ist unser Soundmischer. Das ist Michi, er spielt, wir hören ihn glasklar über diesen Kopfhörer hier. Und hier wird gemischt. Und das Publikum bewegt sich trotz der Kälte in der Badeanstalt unter der Trauerweide. Das ist die Corona-Stage. Und damit ende ich meinen Bericht aus der technischen Probe. noch einmal. Das muss ich mal garden. upschluss. Und hier, wir bleiben hier, wenn nicht die Dutzung auf dem Neumarkt zu werden. Der Schwerer ist auch gut aus. Aber das hat es so gut verloren. Und da ist, dass wir die Dutzung auf den Neumarkt zu haben. Und da ist die Messer, dass die Leute auf dem Neumarkt zu verleihen können. Und da ist sie eben beibr sécurité.